So ihr Lieben, sehr willkommen zu einem neuen Part Mario Kart Wii Online. Allerdings bin ich heute mal zu Gast bei einem anderen, etwas größeren Let's Player, und zwar dem Herring Way. Falls ihr den kennt, ich werde euch natürlich den Kanal unten in der Beschreibung verlinken. Ich denke, ein paar von euch dürfen ihn schon kennen. Ich wurde auserwählt, dass ich mitfahren darf mit ihm. Da habe ich mir gedacht, naja, Mario Kart Wii ist lange her. Also denke ich mal, ist es mal wieder eine Zeit, ein bisschen davon aufzunehmen. Hoffentlich klappt es auch. Ich werde wahrscheinlich ein Stück aufnehmen, also nicht wundern, wenn ich mich nicht verabschiede. Es werden, soweit ich weiß, mehrere Cups sein. Ich weiß aber nicht, ob ich bei jedem dabei sein kann, weil das kann ja dauern hier mit der Connection. Das kann auch nicht klappen, das muss nicht klappen. Aber ich werde dann so zwischendurch schneiden, ne? Ich werde wahrscheinlich auch die Ladezeiten zwischendurch jetzt mal rausschneiden, wenn die Cups gewählt werden. Denke mal schon. Also nicht wundern, mal ein bisschen anders aufnehmen, genau. Ja, es klappt nicht. Ich habe es gewusst. Es will nicht klappen. Damals war Markus schon nicht bei dem Special. Zum Neujahr-Special. Da war er bei mir als Fragezeichen eingegeben. Da ging auch schon nichts. Jetzt geht das hier auch nicht, das finde ich ja toll. Oder habe ich hier vielleicht was an, was nicht an sein darf? Ich mache mal den Gamebooster aus, vielleicht hat der auch was damit zu tun, das kann auch sein. Machen wir das mal aus. Vielleicht geht es ja dann. Aber nur vielleicht. Nein, und es will partout nicht funktionieren, das finde ich toll. Jedes Mal, wenn ich online fahren will, dann geht irgendwas schief, dann klappt es nicht. Vor allem jedes Mal, wenn ich anderen Leuten joinen will. Dann klappt es nicht. Das ist echt zum Heulen, dass das nicht funktioniert. Also echt. Sonst kann ich auch immer online fahren. Jetzt will ja partout nicht klappen. Das kotzt mich an, ganz ehrlich. Dafür geht einem der Spaß schon wieder. Ich gehe mal offline. Ich mache mal die Connection aus und dann mache ich nochmal. Vielleicht geht es ja dann. Oder er fährt dann schon, das kann auch sein. Sonst muss ich doch selber fahren. Alleine, online. Ach ja. Wie toll ich das doch finde, ne? Jetzt hängen wir halt schon wieder hier und können schon wieder nicht fahren. Nur weil hier irgendwas wieder nicht klappen will. Ob es jetzt an mir liegt oder an ihm, ich weiß es nicht. Ich denke mal, das wird nichts. Sonst wäre sie jetzt schon links da. Da hat man schon mal wieder Lust, nach Wochen aufzunehmen. Ich habe mir schon jetzt ewig nichts mehr aufgenommen. Und dann sowas. Das ist so geil. Nicht? Absolut nicht. Ach du Scheiße. Das hat doch funktioniert. Wo ist er? Okay, wir warten. Fünf. Den Hering selber sehe ich nicht. Das ist komisch. Na gut. Warten wir noch ein bisschen. Ja, warten wir. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt rausschneiden soll hier oder nicht. Doch ihr Lieben, ich werde jetzt hier mal pausieren und wenn es losgeht, dann komme ich wieder. Also bis gleich. Und los geht's, Leute. Endlich können wir anfangen, nachdem ich noch x-mal rausgeschmissen worden bin. Da hat sich der gute Hering eine Heringine gemacht, sein Mie. Denn heute ist Princess Day. Das habe ich ganz vergessen zu erwähnen. Ja, Princess Day, das heißt, man darf nur mit den Weibern fahren. Also mit Rosalina, Peach, Daisy, Baby Peach, Baby Daisy und einem weiblichen Mie. Also ich nehme natürlich wie immer meine Rosa und das Bowser-Bike. Ich denke nicht, dass ich eine Chance habe. Gegen Hering zumindest nicht, weil ich habe schon mal gesehen, wie gut erfahren kann. Ah ja, da wurde getrennt, die Verbindung. Ey, ich glaube, hier klappt irgendwie gar nichts, oder? Bei ihm kackt wohl immer das Internet ab, so wie es aussieht. Kann das sein? Ja, das geht von ihm aus, ja. Klar. Nicht mit Nintendo WFC verbunden. Oh Gott, das ist das für eine Scheiße. Ich glaube, das wird nichts mehr mit dem Aufnehmen. Da will ich schon mal aufnehmen und dann klappt hier nichts. Das liegt nicht an mir. Das ist schon mal positiv zu wissen. Ach, du lieber Hering. Das muss doch mal klappen, ey. Das kann doch nicht sein. Mal gucken, ob es jetzt funktioniert. Oder ob es nicht wieder gleich abkackt. Da kommt noch einer. Juppie. Zwei, vier, sechs, acht, zehn, elf. Elf sind es, na, das ist doch mal schön. Und bin ich wieder die einzigste Frau hier? Von dem Miesenach zu urteilen, ja, weil der Hering ist ja schließlich keine Frau. Das lädt mir schon wieder viel zu lange. Das wird schon wieder nichts. Hm, er hat gemeint, man können vier, fünf Cups fahren, aber so wie das aussieht, wird das rein gar nichts. Let's go. Mal sehen, ob es nicht wieder abschmiert. Natürlich, es ist zum Kotzen. Es sieht aus, als würde es endlich mal klappen und ich bin die Punktschlechteste, was ich mir schon gedacht habe. Ehrlich, ich hab's mir schon gedacht. Dennoch wähle ich, ähm, wie immer, meine Regenbogenstrecke. Wie ich's bei mir auch mache. Mal sehen, was draus wird. Ja, sie wurde gewählt. Zwar nicht von mir, aber sie wurde gewählt. So, sind wir gespannt. Oh je, ich hab Angst, dass ich Letzte werde. Ich nehm's sogar sehr schwer an, dass ich Letzter werde. Vor allem, wenn ich einfach so von der Strecke geschmissen werde, was ich sowieso hasse. Ich bin schon hinten, yeah. Ja. Ich werde mich nicht geschlagen geben, auf gar keinen Fall. Aber mal sowas von gar nicht, und wo fahr ich lang? Wow, 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 ich hab Daisy gehört. Der Hering führt schon, das war mir eigentlich auch klar. Ich werde mich ja mal versuchen, diesmal Lichts aufzuhören. Ich hab dir, da sind ja nur Daisies auf der Strecke. Oh mein Gott. Ja, 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 da bin ich wohl schlecht dran, ne? Ja, und du wolltest mich überfahren, ne? Hab ich mir schon gedacht. Komm, wir werden mal wieder groß. Ich brauch ein Item, jetzt fahr schon, Rosalina. Oh nein, da war einer groß. Ist einer groß geblieben beim Blitzen. Verpiss dich. Robotnik. Sind wir eigentlich alle Daisy? Komm, wir sind irgendwie verarscht. Ja, ja, ja. Ich sag ja, ich schaff nix. Ich bin sowieso schlecht in dem Spiel. Ganz so, wie ich es mir gedacht habe. Bin ich ein Buu? Wer hat denn die ganze Items eingelegt? Boah. Gib Gas, mein Mädchen, gib Gas. Oh, wer ist denn mit einem nützlichen Item und nicht so einer blöden Pilzscheiße? Ob das jetzt so nützlich ist? Auf jeden Fall ist er nicht hier. Pilze. Okay, der hat mich übrigens vorhin ge-edit. Hier bei Mario Kart Wii. Daneben. Scheiße. Dreckskack. Mist. Aha. Ich bin die einzige Rosalina hier. Ich bin so schlecht. Na, wenigstens bin ich auch ein Sternefahrer. Hätte ich ja einen Account genommen, dann wäre ich nicht mal das. Ach, ich bin schlecht. Die fahren bestimmt leider auch manuell, was ich nicht mache. Vor allem alles Daisys, nur ich bin Rosalina und der Hering hat sich selbst, glaube ich, als Fahrer genommen. Geil. War wohl eine schlechte Wahl, ne? Wer ist, klappt es jetzt mal, wenn wir fahren. Das ist schon mal positiv. Wir haben es jetzt mittlerweile halb fünf und um vier sollte es anfangen. Also, wir haben fast halbe Stunde dazu gebracht, alleine, und nicht die Scheiße. Wir haben ja alleine halbe Stunde dazu gebracht, hier überhaupt reinzukommen. Das ist schon mal, ja, nennenswert. Wow. Sind auch Babydaisys drin? Ja, das habe ich auch gesehen. Oh, ich bin so schlecht, dass ich allein hier schon sechster bin. werden, obwohl ich eben erster war. Dann klauen wir doch alle Items, doch. Mann. Aber diese Daisies kann man nicht was anderes nehmen? Daisies genauso überbewertet wie der dumme Affe. Verstehe ich nicht. Wenigstens sind wir eng beieinander. Ich dachte schon, ich bin hier total aufgeschmissen bei den ganzen Fahrern hier. Ja, ist ja gut. Und gerade wenn ich mal irgendwie vorne bin, muss ich das natürlich gleich wieder ändern. Ding, ding. Der Herig ist letzter? Oh mein Gott. Was ist mit ihm passiert? Ja, fahr mich an, du Trottel. War das nötig, Arsch? Bin ich letzter, ey. Wen geht ein Trottel davon. Ich werde auch letzter, ey. Wen geht Idioten da. Ach komm, nervt doch nicht, ihr Scheißkack. Wieso bin ich auch hier mitgefahren? Ganz ehrlich, ist doch scheiße hier. Wieso fahr ich überhaupt mit Kommentar? Das regt mich sowieso nur auf. Nö, ich sah nichts mehr. Wozu auch? Bin sowieso schlecht. Ja, es gibt ja Leute, die haben nichts anderes zu tun, als Mario Kart Wii zu fahren. Deswegen sind die auch so gut. Ich bin schon seit Monaten wieder mal nicht gefahren. Seit ich es jetzt mal aufgenommen habe, bin ich nicht mehr gefahren. Ja, aus dem... Oh ja. Immer nur diese Scheiß-Items hier, was soll ich damit? Würd' dich nicht weit bringen. Was? Was soll das? Der wird sich ruhig so scheiß zu heilen. Wesen hat er mich nicht überfahren. Das war schon mal sehr sozial. Du, 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 du. Du, 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 du. Oh, klasse. Wieso kommt ein Panzer von vorn auf mich zu? Was soll denn der Scheiß? Was ist das für eine Kacke, wo du vorne kommst, du spielst den Spazza schau auf mich zu. Jetzt hab ich den noch ins Ziel geschubst, so ne Scheiße. Wie? Noch 6 da? Wie kann das passieren? Ach komm, so peinlich sowas echt. Peinlich. Oh kack doch. Hm. Und wieder die Strecke, wo alle abkürzen werden. Bei uns ist Festung 3. Sicher halt. Nicht mit mir. Ich hab irgendjemand diesen wirklich unnützen... Äh, die unnütze Wolke. Und ich krieg kein Item, toll. ... Wow, es darf mir kurzzeitig vergönnt sein, Erster zu sein. Ich sag ja kurzzeitig vergönnt sein, Erster zu sein. Boah, wieso fangen die da alle nicht rein, ey. Also, ob man hier sowas dämliches wie ein Pilz braucht. Oh, wieder kein Item. Ja, glaub ich mal ein Item, du Trottel. Was hast du jetzt davon? Oh nee. Mann, lass mir auch mal was übrig. Was soll ich mit dem Scheiß? Oh, ey. Wieso bist du durch da reingefahren? Du warst voll durch. Wieso bist du durch da reingefahren? Boah, wie kann das sein? Dritter. Wahnsinn. Wahnsinn, ich bin Dritter geworden. Wie das denn? Bin ich wesentlich so ganz peinlich hinten gelandet. Ist schon mal gut. Na, wie schade. Das war mir auch bewusst, ja. Ich brauch jetzt mal wieder ein bisschen mehr Ruhe. Vielleicht muss ich einfach nur noch ein bisschen üben, reinkommen. Und dann dürfte das vielleicht auch klappen.